Sozialleistungen, Bürgergeld, Familienbeihilfe, Kindergeld, Wagenkostenzuschuss, Grundsicherung, Mindestsicherung, Arbeitslosengeld, jeden Meter ein Maiskorn oder besser gesagt einen Euro, jeden Meter näher ins gelobte Land, wo alles fließt, Milch und Honig, alles vom Amt, Geld ohne Gegenleistung, ohne Arbeit. Der Susi Sorglos Staat finanziert von Bürgern, die die Hälfte ihrer Arbeit den fürstlichen Lebensherren zu Berlin abliefern. Die Hühnerfänger sind wieder on tour und locken alle an, Millionen, Millionen von Menschen, die in Syrien, Afghanistan, Tunesien, Pakistan, Indien, Libyen, Ägypten, Nigeria, Burkina Faso, nicht einmal den Dreck unter dem Fingernagel von ihrem Staat finanziert bekommen. Ist auch nicht notwendig, denn diese Länder sorgen für Nachschub in das armen Haus Europas, das Epizentrum der großzügigen Sozialleistungen, der offenen Grenzen, wo kein Recht und keine Ordnung mehr herrschen, sondern nur grenzenlose Toleranz und eben der Einzelfall. Denn die Irrenanstalt des Kontinents ist bekannt dafür, die Welt retten zu wollen. Sekira M. aus Afghanistan bringt es jüngst im Boulevard auf den Punkt. Ich bin über Italien nach Deutschland gekommen. Ich habe gehört, dass man hier gute Sozialleistungen kriegt und es bald auch noch das bessere Bürgergeld geben soll. In Italien habe ich schwere Kisten in einer Weinhandlung tragen müssen. Hier in Hamburg habe ich keine Aussicht auf Arbeit, aber es gibt das Geld von der Behörde. Und er ist nur einer von 1,8 Millionen arbeitslosen Migranten, über denen Goldmariechen Olaf Scholz und seine Hampelmänner den grüllenen Mantel ausbreiten. Den deutschen Bürgern, die jeden Tag arbeiten, die jeden Tag für ihr Einkommen sorgen, wird hingegen knapp 50 Prozent abgezogen. Steuern und Abgaben. Denn auch die Wegelagerer und Raubritter in Berlin wollen was verdienen. Migrant müsste man eben sein, dann lässt es sich gut leben. Im Hühnerstall, in der Irrenanstalt Deutschland.